Mein Grosspapier ist mein bester Freund. Wenn ich gross bin, werde ich Forscher und meinen Grosspapier zu klonen. Da habe ich ganz viele Grosspapier. Wenn alle ganz alt werden, werde ich Präsident von allen Banken. Weil dann braucht es eine Milliarde von Millionen, damit für alle gesorgt ist. Mein Grosspapier wird übrigens bald pensioniert. Dann trainiert er mir jeden Tag Penalti schiessen.